Okay, let's go. Boys, ich hab kein Essen mehr, ich muss jetzt Fleisch finden, renn jetzt raus und ich kann leider erst gehen. Willst du mit mir jagen oder soll ich erstmal dafür sorgen, dass wir mit dem Holz und so weiter überleben? Mach ruhig, mach ruhig Holz. Hier ist was! Ja, es gibt immer noch Hasen. Ja, das sind so weiße Hasen, stimmt? Die waren vor uns auch so leicht zu sehen. Aber man sieht halt den Untergrund nicht mehr. Ist mir egal, Alter, hier sind Hasen. Ich hab Hasen, geil, wir werden überleben. We will live. Also, ich werde überleben. Und ich pflanze im Winter Bäume. Nicht richtig schlau. Alter, das ist halt Premium. Alter, der Stein ist Premium. Da werden natürlich die Leute wahrscheinlich auch facepalmen ohne Ende, Leute, aber es ist wie gesagt blind. Wir wollen blind wie die Maulwürfe hier vorgehen. Und wir sind ganz offensichtlich auch blind wie die Maulwürfe. Ist Dana immer noch rot? Weil, Dana ist immer noch rot und ich glaub dem... Nö, bei mir, bei mir ist das auch fein. Aber nicht, dass der jetzt gleich auf einmal ist ja doch gehört, weil ich bin echt weit von der Base weg. Alter, hab ich mal die ganzen Spitz-Exte kaputt gemacht, ne? Okay, ich sammle jetzt grad Gras für uns. Oh, dann werden wir überleben, Alter. Wenn hier die Kanickel... Ich dachte ja, die waren weg, so. Weil ich war einmal da und da war da halt nichts. Ich hab jetzt auf jeden Fall ein bisschen Holz gehackt. Ich geh jetzt, äh, oh lol, wir wachsen trotzdem Bären. Noch ein Kanickel, Alter. So, ich glaub ich geh mal zu den Eidecks nochmal runter, in der Hoffnung, dass sie einfach 10 Kilo Gras droppen. Dann hast du die Frage, ob es die überhaupt im Winter gibt, ne? Ja. Ich find mir eine Menge Eisenwinder, das ist. Ja, Eis kann ich dir halt immer in der Marmelade draus machen, ne? Also das ist halt super easy, aber die bringt dir ja fast nichts. Ich hab 23 Bären, die jetzt bald vergammeln, ist halt... Das sagt halt ein bisschen... Okay, der Wärmestein ist halt ein absoluter... Der ist halt bastelt, Alter. Ja. So, und die Viechter gibt's auf jeden Fall, ja. Ich bin so froh, dass ich gelesen hab, Alter. Wir müssen ja, wir müssen immer... Also immer der, der ja nicht aufnimmt, muss halt lesen, so. Ja, aber du kannst halt nicht lesen, ne? Das ist halt ein Problem. Ja, deswegen hast du in deinen Aufnahmen verloren, aber ich nicht. Okay, ich hack jetzt einfach Holz, so, ne? Ich weiß nicht, was hier... Dein Plan ist... Bruder, ich kann doch hier die Holzdinger vor der Tür einfach fällen. Ah, okay, jetzt von dir der... Also... Oh, Alter! Es kommen so viele Pinguin-Raids zwischendurch. Die kommen einfach... Die kam jetzt grad einfach aus nem Teich oder sowas. Das hat mich jetzt komplett verwirrt. Ich mein, die lassen auch nen Happen fallen, ne? Ein Happen ist schon... Schon besser als der normale Scheiß, aber... Oh, oh, mein Stein ist jetzt gelb. Take care. Ja, ja. Ja, ja, meiner... Meiner färbt sich auch nix. Aber ich meine, das ist... Das ist trotzdem deutlich angenehmer. Soll ich dir so Ohrschützer machen? Ne, ne? Die sind nicht so wolf, glaub ich. Da mach ich mir lieber essen. Ja, ist wohl besser als nichts, oder? Ach so, wenn... Ach nee, du kannst nicht zwei Sachen aus den Hasen machen, meinst du? Ne, ne. Ist quasi... Do or die. So... Die Kiste einlagern. Ich lag erstmal den ganzen Müll ein. Den ich hier einfach permanent dabei hab. Können wir nicht zwei Essenskisten machen? Eine, die man benutzen kann und eine für dich? Ja, also die, die... Die ich hier hab, ist ja generell die, wo... Quasi einfach alles... Ah shit, ich bin... Ne, ich kann die ja nie benut... Also... Ja, aber da sind ja auch nur die Sachen drin, aus denen ich was koche. Ach so, aber du meinst, damit du was reinmachen kannst? Ja. Hey, warum ist die leer? Ach so, weil ich ja das dabei hab. Ja, gut. Hier ist eh... Die ist grad leer. Ich hab noch ein Kanickel, das ist gut. Ah, das gehört da gar nicht rein. Oh, ist das schön. Hast du... Ich... Ich muss mir jetzt ne Kiste machen. Es... Es zählt nicht so hart. Ach so, ja komm. Geh ran. Sag doch. Sag doch Warten, Junge. So. Okay, ähm... Okay. Hier sieht's gut aus. Es da hab ich da... Wieso stapelt der nicht automatisch? Das ist ein Z. Okay, ich geh raus. Ich hab wieder genug Hitze. Okay, ich sollte auch nochmal rausgehen, aber ich hab jetzt nochmal... Ist so geil, dass ich wieder was kochen kann, was sich auch essen lässt, na. Der ist ja da einfach... Kannst du da unten nochmal die Kanickel Dinger machen, wenn du da eh in der Ecke bist? Was soll ich mit denen... Ach so, welche bauen meinst du? Äh, ja ne, ne. Gucken, ob die voll sind und dann... Ne, ne. Da sind überall Möhren. Möhren everywhere. Okay, ähm... Nochmal zur... Zum Verständnis. Wir wollen uns heilen. Dazu brauchen wir nochmal was. Äh... War das nicht... Feuersteine? Steine? Ja, wir hatten keine Feuersteine mehr. Das war das Hauptproblem. Ne, Feuersteine müssen wir in den Kisten... Ich hab alleine schon... Ne, wirklich. Ich hab da keine gesehen. Okay. Und was brauchen wir noch? Was brauchen wir... Haben wir irgendwas exotisches? Ne, ich glaub, dort... Dort war's erstmal. Aber ich kann gleich nochmal gucken. Guck mal bitte nochmal genau, was heilsalbe gemacht wird. Dann machen wir jetzt... Ne, ne. Wir haben jetzt Nacht. Du musst jetzt eh kommen. Warte, ich renne. Weil ich kann mir... Fackel, Fackel, Fackel. Zack. Boah, aber mit dem Feuerstein leuchtet ich aber richtig krass. Coming. Wieder zu Hause, Hase! Ich bin jetzt... Jetzt fast... Fast... Verrückt. Ne, fast verrückt, weißt du? Das könnte auch noch... Ich kann dir einen Blumenkranz trocken, ja? Dann muss ich mir gleich mal gehen, ja. Ich bin nur noch... Geil. Okay, wir haben dann wirklich auf sehr einfache Art und Weise sehr dumme Probleme gelöst. Ist schon mal gut. Ja, ist halt mega wohl. Gibt's mal was zu naschen? Da kocht drauf was, aber ich würde dir gerne lieber was machen, was kein Fleisch braucht. Ja, ich hab jetzt wieder Eis reingetan. Ich glaube, Marmelade, Möhre und noch was. Dann ist das mal das, was... Ich. Ne, pass auf, ne? Da ist Sanity... Ne, meine Sanity ist full. Ich bin... Ich hab den klarsten Kopf der Welt. Okay. Ich hab jetzt auch ein bisschen Holz dabei. Kannst du mal noch mal gucken wegen der Holzrüstung? Ja, Holzrüstung kann ich jetzt auf jeden Fall machen. Weil das wäre halt überwohlen. Ne, hab ich Seile? Brauch ich da Seile nochmal? Ja, ich brauch Seile. Ich hab neun Gräser. Die alle. Junge, hau ab, Alter! Ne, jetzt haben wir doch genug Holz. Achso, der Blumenkopf soll ich auch andenken, ne? Okay, ich muss mir auf jeden Fall einen Schlafsack machen, glaub ich. Achso, hier ist was für dich. Ich hab dir was gemacht. Sieht auch besser aus als sonst. Danke. Hast du mir das jetzt schon gegebenes Essen? Ne, das ist ein Schmortopf. Ne, das ist ein Schmortopf. Ne mal bitte raus, weil dann kann ich... Alter, das sind Erbsen und sieht richtig bunt aus. Gönne ich mir, Junge. Ratatouille hast du gemacht. Hat nicht geil. Gar nicht geil. Gar nicht geil. Wie im richtigen Leben braucht man Fleisch, damit man healt. Ist natürlich doof für dich, ne? Alter, ich kill den Arm jetzt. Ich hab keine Lockenheit. Hau ab. Du wickelst meinen Speer ab. Boah, ich hab ihn wirklich bekämpft. Also ich musste mir auf jeden Fall einen Schlafsack machen. Da unten ist wieder Marmelade für dich. Alter, Marmelade ist auch nicht... Das ist halt die Macht. Das ist angenehm ans richtige Leben. Es heilt nicht. Das ist einfach. Leute, werdet einfach nur Fleischfresser. Dann habt ihr mehr Chancen. Also ich bin halt der Fleischfresser. Und erzieh deinen Freund auf Vegetarier sein. Das ist das Beste. Das ist einfach... Ne. So. Okay. Ich glaub ich bin ready. Wieder raus? Ready to defeat you. Alter, du dummer Wichser. Du wolltest das die Tür zu Hause. Okay, also Pinguine killen. Hab ich jetzt mehrfach probiert. Wir müssen Fallen machen. Wir können ja für die Pinguine... Ich geh jetzt Kräserfarm. Ich geh da jetzt hoch und ich farm... Ich mach den krassesten Kräserfarm-Rate meines Lebens. Okay. Und Zweige auch. Weil Zweige ist garantiert auch wieder Mangelware. Ja, und ich bring ganz viele Mondsteine mit. Die werden wir wahrscheinlich auch später brauchen. Wobei, Alter, man hat hier halt echt nur so kurz Zeit. Ich weiß nicht, ob ich Zeit hab für die Zweige, aber... Bäm, 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 bäm. Feuersteinfest. Ich mach dir einfach Ratatouille und das bringt kein Leben. Das ist halt echt irgendwie Zeit. Okay, ich hab Pinguine. Ich hab Pinguine. Wie so einen richtig schlechten Horrorfilm. Ja, einfach nur... Was ist das? Was ist das denn, Pinguine? Bäm, bäm Da schlägt ja so Material, wo ich denke Okay, da war ich panisch, da habe ich nicht recht gut reagiert Ich würde jetzt gern sagen, dass mir sowas nie passiert Aber Das wäre eine dreiste Lüge Ich habe gar keinen Bock, die Bären zusammen Okay, scheiß drauf, Alter Ich habe keine Zeit für Zweige So, habt ihr einen wunden Arsch oder nicht? Das ist halt jetzt eine wichtige Frage, die wir vorher erklären müssen, Jungs Oh, die haben so kleine Kleine was? Ich habe hier so kleine Büffel gesehen Mini-Büffel? Ja, Mini-Büffel Ich glaube, sowas killt man halt mit Fallen Das wäre so meine Idee Wir müssen halt das Spiel auch mal ausnutzen Und ausnutzen heißt, wir machen einfach Übelst viele Fallen Alter, ich habe zwei Hasenohrenschützer Oh mein Gott, Maxim, ich bin ein richtiger Wichser Ich hatte die ganze Zeit die Hasenohrenschützer schon in meinem Inventar Es war mir klar Es war mir Ersten Gameplay Bereits Ja, also Ich bring jetzt Steine mit Ich bring Feuerstein mit Und dann reiben wir uns so hart ein Dass du denkst, Alter, ist das hier Pervers ist das hier eigentlich Klingt gar nicht so geil, wie du dir das gerade in deinem Kopf vorstellst Aber Ich hoffe, die Impfung hat nichts gebracht Oder vielleicht hat die im Long Term was gebracht, aber ich merke es nicht Okay, ich muss jetzt hier oben nochmal Vielleicht in die Beimpfung ist bestimmt noch bei Krankheiten oder so Oder? Macht es vielleicht auch Sinn So, wie, wie, wie Schmerzhaft ist es jetzt hier rumzuschillen Und mein Ding ist immer noch orange-grün Also ich habe jetzt hier Ich hole jetzt hier Gras, ne Aber halt auf Kosten meines Okay, das Ding wird gelb Das Ding wird gelb Gelb ist schon scheiße Oder gibt es noch weniger als Gelb? Ich mach mir jetzt hier so ein Halt deine Maul Ist Gelb schon schlimm? Gelb hält noch warm Aber ich glaube, man sollte nicht zu lange gelb sein, oder? Okay, scheiße Ich glaube, ich kann nicht noch mehr krass sagen, leider Ich mach hier einfach noch ein Indetermis-Follow Oh, fuck, 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 fuck Pinguin-Rate Was ist los, was ist los? Alter Scheiße Okay, ich werde 40 Gräser, glaube ich, mitbringen Ich habe ja gerade so eine Basis von diesen Ist Ding on Ja, ich komme auch mit 15 Aber ich kann nicht mehr, weil Ich glaube, ich erfriere gleich Ich bin halt hart auf dem Weg zur Base, aber Sind wir ehrlich Wissen alle, wie das läuft Okay Ohrenschützer, Ohrenschützer anlegen Anlegen Okay Du heizt das Endotherme-Feuer nicht den Stein aus, oder? Oh Oh, shit Nee, ist nichts dran Endothermes-Feuer heißt doch trotzdem Ich bin heiß und töte alles noch nicht drumherum, oder? Oder? Nee, Endothermes-Feuer war nur Licht, oder? Ja Oh, ich verbrauche ja meinen gelben Stein Okay, ich gehe nicht weg Anheizen Oh, geil Okay I did it Ich habe wieder ein bisschen was überlebt Okay, die Bären, ich glaube, die kann keiner mehr essen Mach vorbei, komm, wir probieren es Alter, was mache ich jetzt? Okay Ähm, was wollte ich mir jetzt machen? Ah, ich habe irgendeinen Schenk Cool Ah, komm, ja Ich hoffe, dass es was sinnvoll ist Kein Skin, kein Skin, kein Skin Eine Hose Oh, wie du da guckst So, das ist wieder für dich, der Schmortopf, oder? Äh, ja, das ist mein Meine Wunderfuck Okay, soll ich dir Die Bären, machen wir mal Schimmelbären Frühstück, ja Soll ich? Okay Kommt sofort So, äh, gibst du mir jetzt deine Steine und dein Ding? Kannst du sie irgendwo reinlegen? Ja, gib jetzt hier, das hier Das hier, übertreibst nicht Mach ein paar Sachen Sorge dabei, dass wir überfucking leben Okay, überleben, überleben, überleben So, wo war das? Die haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Wo war das denn jetzt? War das bei Magie, oder war das bei Überleben? So, äh, bei Überleben, glaube ich Überleben waren so die Heildinger Held Heilt den Verstand, macht aber hungrig Ah, nee, das wollen wir nicht Hunger ist unser größter Feind Hä, ich finde das nicht mehr Ah, hier Heilsalbe Asche Ein Honigumstack Auffrischungsimpfung Pfarrer, Vorbepfarrer Man, die Menüführung ist immer noch das, was mir echt Echt Probleme macht, wenn ich ehrlich bin Ne, also Es gibt nichts Was wollten wir mit Stein und Feuerstein machen, aber gleich Ich bin auch ein bisschen verwirrt Freak hat das so hart Wärmesteine halt Ja, die Wärmesteine, aber die haben wir jetzt ja beide schon Vogelschein, ne, brauchen wir ja nicht die Vogelschein, wir müssen ja irgendwas, Teppichfußboden, was bringt der? Also wir machen das quasi aus meinem Barthahn Okay, ja gut, dann mach ich mir jetzt einfach noch ein paar Fallen, ne? Oh Mann, mich nervt das so hart mit dem Zurechtkommen Mit dem was? Mit dem Nicht-Zurechtkommen, das ist der Mechanic, ja Alter, du redest halt Unsinn, aber ich weiß, was du meinst Okay, aber es gibt ja die Haisalbe, die hat der 20 Leben wieder hergestellt, dafür brauche ich halt wieder Asche Da müssen wir gleich mal irgendwas aufhören Also Haisalbe braucht auch Spinnendrüsen Ja, aber die haben wir ja Die haben wir? Ja, wir haben sechs Spinnendrüsen Bonigumschlag Bonigumschlag geht auch Aber da brauchen wir Papyrus Papyrus ist wahrscheinlich Hä, brauchen wir Papyrus, sicher Ah, da brauchen wir mal Schlingen Äh, geschnittenes Schild Okay, also mein Problem ist jetzt quasi, dass meine Sanity jetzt über 40 ist Das heißt, nächste Nacht muss ich 100 pro Pen So, und zum Pen Brauche ich am besten Ein Rucksack Eine Strohrolle geht, aber es muss ja eigentlich noch geiler gehen, ne? Ich mach dir ein Bett Ein richtig geiler? Ne, eine Strohrolle Ne, es geht ja noch mehr Ja, aber mehr ist ein bisschen weird Deine Tasche ist so voll Hier, ich lieg's da hinten Pelzrolle gibt's Ah, okay, ja, mit Hasenschwanz Ne, genau, da brauchen wir halt komplexere Monster müssen wir da töten Okay, aber das nutze ich jetzt nicht mehr Das ist jetzt zu wasted So, ich muss übrigens auch wieder was zu essen machen Soll ich dir was machen? Aber wir haben noch drei Zutaten, ne? Ja, geh mal weg Hä, aber ich hab dir doch gerade was mit Gern gemacht Ne, wir haben noch Samen Samen können wir auch noch rein Ne, können wir Samen ins Essen machen? Nein, können wir nicht Da küchelt wieder was für dich Ich geh wieder raus Oh, ich geh auch raus Aber das mit den, mit den Dingern ist halt mega, mega geil Also mit dem Wärmestein Aber holy shit, Alter, das ist halt Puh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen will Achso, ich will die neuen Fallen stellen, ne? Hier sind jetzt schon wieder keine Hase Ich meine, hier waren halt kurz nochmal Hasen Haben Haben, hast du, irgendwie, warte mal Ach, du hast die meine Feuersteine Wo hast du die nochmal hingetan? Ich trag die mit mir rum, hast du die? Ja klar Ich brauche die ganze Zeit Werkzeug Ja gut Dann komm ich mal Bitte nicht die Feuersteine entfernen Die sind halt wirklich important Ja, ich hab halt null Okay, wo hast du? Ja, komm mal Vor der, vor der Base Sag die Wage die So, aber die Eier von den Pinguinen Müssen halt übelgall sein Aber die kämpfen halt um ihr Leben darum Ich kann die halt angreifen Und dann schaffst du dir die Eier Also wenn wirklich gar keiner mehr da ist Nein, jetzt sind die ganzen Eier von der Von dem Der Horde weg Ich kann nochmal Dünger holen Aber das ist irgendwie auch wastet Ich weiß gerade nicht genau, was ich machen soll, Maxim Hm Ja, du bist hier der Kämpfer, Junge Ja, aber es gibt halt nichts, was ich bekämpfen kann Jetzt gibt's eben so einen schwarzen Kamm Ich meine, du kannst ja notfalls nochmal zu den Spinnen gehen Weil ich will, also ich will Bei solchen Aufnahmen will ich halt immer derjenige sein Der, der für, für Holz und so einen Shit sorgt Also das, Alter Die Pinguine spawnen aber auch übelkrass irgendwo random Die machen mir richtig Schiss Naja, die sind Die sind halt aufs Töten ausgelegt, ja Holy shit, war gerade bei der übelste Wave Sie ist halt echt so ein kleiner, ja Die sind Pinguine Vor allem nicht jedes Pinguin Horde hat hier so eine Base wie bei uns, ne So eine Eier Base meinst du? Ja Bei uns haben wir halt eine harte Base Irgendwann der Frühling kommt bald Auf dich Der wirklich bald So, ich könnte hier nochmal Honig holen Weil Honig halt hier auch Schön, wir können, aber der braucht mal Papier raus, oder? Für Papier raus brauchen wir Okay, ich kann jetzt gerade ein paar Blumen sammeln Okay, meine Sanity ist jetzt eigentlich wieder ziemlich fein Weil ich gerade richtig viele Blumen gefunden habe Irgendwas passiert, wenn ich die Riesenbiene rauslasse Und die auf die Pinguin hetze Das war die Frage, ob die wirklich alle gegeneinander fighten Oder ob die einfach sagen Nope Ah, ich bin so hungrig Ich habe eine schwarze Feder gefunden Einfach nur Hungry as fuck, Junge Hungry as fuck Oh, oh Ich bin irgendwie ziemlich weit weg von der Base Aber Wird ja irgendwann auch wieder Nacht, ne? Der Therm ist Feuer, kannst du schon mal sagen? Das ist nicht die Lösung Ich habe halt auch die ganze Zeit noch den Boomerang Man traue mich nicht, ihn zu benutzen, weil er mir so schluss Weißt du was? Ich teste jetzt einen Boomerang gegen die Gegen einen Vogel Klappt Klappt Ich kann Vögel jagen Und er kommt zurück und schädigt dich nicht, oder? Ja doch, der geht mir richtig aufs Maul, aber Hä, toll Ich dachte, du hast doch sowas cooles gemacht Hä, ich kann einen Vogel killen, Alter Aber probier mal den zu fangen Ich glaube, du kannst ihn wieder anklicken Nee, ich glaube, ich musste einfach vorhin weglaufen, Alter Nee, der verfolgt dich Habe ich auch schon getestet Nee, 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 du testest Kacke Ich kreif jetzt einen Pinguin an, Alter Let's fucking go Denk dann Okay, ja doch Der verfolgt ja noch hart Warte mal, einen Pinguin alleine? Den könnte ich doch vielleicht sogar killen Wo ist mein Speer? Ah, den habe ich richtig weggemacht Den Pinguin Hier ist ein Ei Dann kriegst du es eigentlich auch sagen Ausgaben oder so? Der sitzt den Hast du das ein? Nimm mal bitte das an Ich habe keinen Platz Ach, wir haben ein Feuerprobleme Oh, also hier ist ein altes Ei Ich kenne also ein Pinguin Und es droppt ein altes Ei IC Also du hast es genommen jetzt so was? Ja, ja Mach die Tür zu Ähm Geh wieder durch Spitzhacke Holst wieder Essen rein Ich habe hier noch einen Hasen gefunden Nice Äh, ich habe hier noch was für dich Ich habe richtig Knast Äh, was? Was ist denn jetzt hier passiert? Lass doch du, Mann Hier, warte Ich koche dir was richtiges Was fleischiges Uns geht es so gut Maxim Dass ich dir wieder Fleisch machen kann Äh Geil, 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 geil So, was haben wir denn hier noch schönes? Das Feuer könnte auch einen Ticken höher, ne? Ich mach mal Ich habe aber super viel Holz Ich habe jetzt hier 2x20 Holz auch Ah, es sieht so aus, als hätten wir im Lager wieder im Griff Ja, der Pinter kann uns mal, Alter Ja, das Spiel ist viel zu easy Free to play Hier, da Es ist ein Ist was Ist was gekocht Bitte nimm das, weil sonst kann ich nicht weiter kochen Bergbau, Helm Okay, ich nimm es Leuchtet nachts Du hast verkackt Was habe ich verkackt? Ja, ich habe dir was zu essen gemacht, aber du hast zu lange gebraucht Du weißt, ich kriege halt wirklich Also, ich habe halt 28 Hunger und kein Leben, ne? Also, ich sterbe halt wirklich fast Ja, voll leiser Lebe am Limit Da, komm her Oh, Bällchen Bam Aber, ja, war okay Oh, aus einem hat man auch noch Marmeladenscheiße Oh, warte, ich kann nicht füttern Ey, du hast doch jetzt ein Holzdeck Ja, aber Holz ist mir immer noch wichtig Ich habe immer noch keine Rüstung oder sowas Junge, ich gehe gleich raus zu dir und kill dich richtig Ey, ich kann jetzt planen Gut, na Dann lasse ich den Abend zu dir kommen Schlafe, mein Kind Willst du dich nicht aufhackbällchen? Das ist meine, oder? Ne, das ist nicht deine Wirklich? Ne, ich habe dir schon ein Hackbällchen gegeben, Alter Und ich schlafe gerade Du weißt, wie ich danach knastere Du kannst auch pennen Dann geht das garantiert hier im Speedmodus vor Weh, du fütterst mich jetzt Gar nicht Wenn ich bin, geht das nicht Ja, Leute, das war eine weitere Folge Denn ich darf Wir bezwingen den Winter Übel easy Und ich glaube, man kann schon die Büsche Ein bisschen besser sehen Scheinbar wird es schon Frühling In dem Sinne, Leute Hau da rein Dann geht das nicht aufhackbällchen